So, wir wären dann auch soweit. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Ich begrüße natürlich auch ganz herzlich unseren Cheftrainer Sepp Hundehus. Und ja, die erste Frage natürlich wie immer direkt an dich. Spielen wir am Freitagabend A gegen Bayern, B gegen Berlin, C gegen Bayer oder D gegen Bremen? Ich glaube, Publikumsjoker brauche ich für die Frage keinen. Ein Telefonjoker fällt auch aus. Und deswegen entscheiden wir uns mal für C. Bayer. Ich habe es selber nicht gesehen. Ich habe nur gehört, dass die Argumentation die war. Dass er gesagt hat, die drei anderen Namen kann ich ausschließen, die gibt es nicht. Und schon gar nicht als Bundesliga-Trainer. Klar, er musste sich schmunzeln. Ist doch nett. Und wir haben, glaube ich, auch schon den Herrn dann zu uns eingeladen. Darüber werden wir nochmal in aller Ruhe sprechen, dann wir zwei. Und dann darf er mich auch kennenlernen und dass er sich nicht ganz so sehr ärgert, dass er da ausgeschieden ist.